Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, die Bergbau-Nachrichten auf Rohstoffverwerber mit Grand Columbia Gold, Ion Energy, Carora Ressources, Agia American Gold und Wissler Silver. Grand Columbia Gold produzierte im Juni 2021 auf Segovia insgesamt 16.789 Unzen Gold, was die Gesamtgoldproduktion für das zweite Quartal 2021 auf 52.198 Unzen erhöht, verglichen mit 44.377 Unzen aus Segovia im zweiten Quartal 2020. Hinzu kamen im zweiten Quartal 2021 auch 54.573 Unzen Silber. Im ersten Halbjahr 2021 belief sich die Gold- und Silberproduktion in Segovia auf insgesamt 101.256 Unzen Gold bzw. 111.888 Unzen Silber. Gegenüber 94.723 Unzen Gold und 87.260 Unzen Silber im ersten Halbjahr 2020. Somit bestätigt sich die positive Dynamik in der Produktion und das Unternehmen ist für die Erfüllung der Jahresplanung von 200.000 bis 220.000 Unzen Gold sehr zuversichtlich. Der Ausbau von Maria Dama auf eine Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag scheidet gut voran und die Inbetriebnahme der neuen Polymetallanlage auf Segovia wird im dritten Quartal beginnen. Im Mai 2021 zahlte man 10,4 Millionen Dollar für eine vorzeitige optionale Teilrückzahlung der ausstehenden Goldanleihen, was wir sehr positiv sehen. Ende Juni 2021 verfügte Grand Columbia über rund 57 Millionen US-Dollar Barmittel und die Kapitalbeträge der noch ausstehenden Goldanleihen und Wandelschuldverschreibung liegen bei nur noch 19,75 Millionen US-Dollar bzw. 18 Millionen kanadischer Dollar. Grand Columbia läuft sehr gut und man freut sich weiter über die monatliche Dividende von 1,5 kanadischen Cents, die am 16. August wieder ausgeschüttet wird. Grand Columbia ist günstig und sollte in einem diversifizierten Minenportfolio wirklich nicht fehlen bzw. wirklich dabei sein. Ion Energy konnte das im Juli bekanntgegebene erste Explorationsbohrprogramm auf dem zu 100% unternehmenseigenen Lithium-Salar-Projekt Barwai-Ul im Südosten der Mongolei erfolgreich abschließen. Dies war das erste Bohrprogramm auf einem Lithium-Salar-Projekt in der Mongolei und bestand aus 21 Kernbohrungen mit 823 Meter Gesamtlänge. Es wurden Sohleproben entnommen und erste Proben zur Analyse eingereicht. Die Beckenziele bleiben offen und die durchtäuften Sohle-Horizonte befinden sich nahe der Oberfläche. Weitere Bohrungen und Probennahmen sind derzeit in Planung. Carora-Ressources schlägt wieder voll zu mit einer vierteljährlichen konsolidierten Rekordgoldproduktion von 29.831 Unzen Gold für das zweite Quartal 2021 aus den Minenbeterhand und Higginsville in Westaustralien seit dem Erwerb der Higginsville-Geschichte. Auch die Goldverkäufe lagen mit 30.412 Unzen, die während des Quartals verkauft wurden, auf Rekordniveau. Die Goldproduktion des zweiten Quartals lag etwa 20% über der Produktion des ersten Quartals. Die Produktion in den ersten beiden Quartalen von 54.525 Unzen entspricht der konsolidierten Produktionsprognose für 2021 von 105.000 bis 115.000 Unzen. Caroras konsolidierte Barmittel beliefen sich zum 30. Juni 2021 auf 82,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 5,4 Millionen Dollar gegenüber dem 31. März 2021 entspricht. Im zweiten Quartal gab Carora seinen Wachstumsplan bekannt, die konsolidierte Goldproduktion von 99.239 Unzen im Jahr 2020 auf 185.000 bis 205.000 Unzen bis 2024 mehr als zu verdoppeln. Die Kosten werden voraussichtlich weiter sinken, wobei im Jahr 2024 AIC von 885 bis 985 US-Dollar pro Unze durch eine schrittweise Erweiterung von Caroras Untertagemine, Beta-Hand und eine Erhöhung der Aufbereitungskapazität auf 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr in der HGO-Aufbereitungsanlage erreicht werden soll. Diese signifikante Steigerung der Quartalsproduktion, die durch die derzeit laufende Erweiterung der Phase 1 der HGO-Aufbereitungsanlage unterstützt wird, stellt das Unternehmen auf eine solide Grundlage und zeigt die tolle Arbeit des Managements um Paul Hewitt, dem CEO, und der Belegschaft. Wir sind extrem positiv für Carora gestimmt und zählen hier ein Kurspotenzial auf bis zu 11 kanadische Dollar. AGEA American Gold konnte durch Abstecken 100% des Kupferprojekts Cora in Pinal County in Arizona erwerben. Das Projekt wurde während eines umfangreichen und laufenden Projektgenerierungsprogramms identifiziert, das auf Kupfervorkommen in für den Bergbau geeigneten Gebieten Nordamerikas abzielt. AGEA konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer- und Edelmetallvorkommen innerhalb der großen Bergbaugürtel im Westen der USA. Das Unternehmen zielt auf wenig erkundete Bezirke ab, in denen eine postmineralische Deckschicht Gebiete mit hohem geologischen Potenzial in der Nähe der großen Minen verdeckt. Das Kora-Projekt liegt 75 Kilometer nord-nordöstlich von Tewson im Herzen des südlichen Kupfergürtels von Arizona. Das Projekt befindet sich zu 100% im Besitz von AGEA und ist durch 46 bewilligte BLM-Bergbau-Claims gesichert, die sich über eine Gesamtfläche von 3,84 Quadratkilometer erstrecken. Viele der größten Kupferminen und Erschließungsprojekte Nordamerikas liegen im Umkreis von 100 Kilometer am Kora, darunter Ray, Miami, Resolution, Florence und Silverwell. Bohrungen bei Kora wurden zuletzt vor über 40 Jahren durchgeführt, als unter einer flachen, alluvialen Dickschicht auf einer Fläche von mehr als einem Quadratkilometer signifikante Mächtigkeiten von oxidiertem Kupfer durchtäuft wurden. Das Projekt befindet sich zwei Kilometer östlich der North Star-Kupfermine unter einer flachen Deckschicht. North Star produzierte Mitte der 1900er Jahre Kupfererz für Miami Copper und Azarko in Hayden in Arizona. Ursprüngliche Aufzeichnungen des Explorationsunternehmens, die sich im Besitz des Geological Survey of Arizona befinden, weisen darauf hin, dass frühere Bohrungen bei Kora eine Oxid-Kupfermineralisierung mit einer Mächtigkeit von über 100 Meter unter einer flachen, alluvialen Deckschicht auf einer Fläche von mindestens einem Kilometer mal einem Kilometer durchschnitten. Die Abschütte umfassen zum Beispiel fast 100 Meter mit 0,28 Prozent Kupfer, nur 10,7 Meter unterhalb der alluvialen Deckschicht, fast 40 Meter mit 0,38 Prozent Kupfer, nur 47 Meter unterhalb dieser Deckschicht. Das sind schon mal gute Voraussetzungen für die zukünftige Exploration. Das neu abgesteckte Cora-Projekt stellt für Agia einen spannenden ersten Schritt in die Kupferexploration im Westen der USA dar. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte. Wissler-Silver gab Ergebnisse der ersten vier Bohrungen im Erzgang Josephine auf dem Silbergrohrprojekt Panucco in Mexiko bekannt. Der Erzgang wurde parallel zum Erzgang Napoleon mittels bogengestützter Elektromagnetik, der EM, genannt, entdeckt und bleibt in alle Richtungen offen. Eine Bohrung lieferte 797 Gramm Silberequivalent pro Tonne über 2,5 Meter Bohrlänge, einschließlich 4431 Gramm Silberequivalent über 30 Zentimeter Bohrlänge. Ein zweites Loch zeigte 869 Gramm Silberequivalent pro Tonne über 1,45 Meter Bohrlänge. Die Bohrung durchtäuften eine Gangbildung mit einer Streichlänge von 90 Meter und bis zu einer Tiefe von 190 Meter, wo sie offen bleibt. Wichtig ist hier, dass man die erfolgreiche elektromagnetische Zielbestimmung der hochgradigen Erzgänge im Bezirk bestätigen konnte, was für Wissler und dem Bezirk Panucco bahnbrechend ist. Diese erfolgreiche EM-Erkundung ist ein Beweis für die hochgradige Art des Bezirks, der eine massive bis semi-massive Sulfidvererzung aufweist, die im mexikanischen Erzgangfelder normalerweise ungewöhnlich ist. Man war erfolgreich mit den Bohrungen auf dem allerersten EM-Ziel im Bezirk, was zu einer brandneuen Entdeckung eines möglicherweise 1,7 Kilometer langen Erzganges parallel zu Napoleon führte, der ansonsten möglicherweise unentdeckt geblieben wäre. Zusätzlich zu dieser neu entdeckten Zone nur 200 Meter von Napoleon entfernt starteten Bohrungen auf mehrere neuen, nicht überprüften EM-Zielen. Wissler ist ganz stark unterwegs und wir freuen uns auf die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens, denn dann dürfte der Produktionsaufnahme kaum mehr etwas im Weg stehen. Geld ist eh genug vorhanden. Wir billigen Wissler massives Kurzpotenzial für die nächsten zwei Jahre zu. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus Österreich.